Konnichi! Uua! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute geht es um die neue Netflix-Serie Overlord. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt, denn wenn nicht, dann habe ich heute eine kurze Zusammenfassung für euch. Vielleicht habt ihr ja Bock, den anzuschauen. Los geht's! Also als allererstes mal ganz kurz die Zusammenfassung. Warum gibt es denn dieses Format jetzt? Ich habe mir gedacht, es gibt so viele neue Anime. Momentan sind wir in der goldenen Ära der Anime und man weiß gar nicht mehr, was man anschauen soll. Crunchyroll, Netflix und ganz viele andere Portale bieten ja immer wieder was Neues an. Und da ist es oftmals das Problem, sich wirklich für einen neuen Anime zu entscheiden. Vor allem, wenn er mehrere Folgen hat. Weil wer kennt das nicht? Ja, genau so ist es und deswegen, ja, machen wir jetzt dieses Video. Habt ihr Overlord schon gesehen? Stimmt mal oben ab. Mich würde das wirklich sehr interessieren. Also gut, ich versuche euch mal Overlord etwas schnell und präzise näher zu bringen. Unser Protagonist ist ein, ich würde sagen, in den 20 lebender Japaner, der auch normal arbeiten geht, aber immer sehr gerne abends sein neues MMORPG spielt. Also die heißen dann mittlerweile anders, weil die haben sich weiterentwickelt. Denn das Ganze spielt im Jahre 2138. Ja, ich muss hier einen Cut setzen. Ich habe es gerade ein bisschen fast verpeilt. Natürlich sind die Games dort schon so konzipiert, dass man schon im Game ist. Also wie Sword Art Online und andere. Die Online-Welt, in der er sich befindet, heißt Jagdrasil. Und er hat dort mit seiner Gilde so ziemlich alles abgeräumt, was man abräumen kann. Hat ein riesen Schloss aufgebaut mit ganz vielen NPCs, die auch wirklich detailreich geschrieben sind. Also das heißt, jede Charaktereigenschaft und so weiter wurde von seinem besten Freund in die NPCs rein interpretiert. So in der Beschreibung. Warum das wichtig ist, erkläre ich euch gleich. Und natürlich hat diese Gilde auch diese schwerfarmbaren World Items, die natürlich übermächtig sind. Das einzige Problem jetzt bei den Games, die Server werden abgeschaltet, weil es einfach schon alt ist. Und von seiner alten Gilde ist auch gar keiner mehr online. Er ist so ziemlich der Letzte, der noch drin ist und lockt sich kurz vom Server down nochmal ein und will die letzte Zeit dort genießen. Bevor die Server down gehen. Ja und jetzt haben wir dieses Standard-Szenario. Eigentlich hätte das DMMORPG Yggdrasil heute offline gehen sollen. Aber es sieht eher so aus, als hätte sich das Spiel verselbstständigt. Oh Mann, der Server wird down gehen. Ach, verdammte Scheiße. Oh, der Server ist doch nicht down. Joa, ich kann mich irgendwie nicht auslocken. Scheiße. Kennt man aus anderen Animes, glaube ich. Nichtsdestotrotz. Ein langes deutsches Wort. Ist es so, dass er sich nicht nur nicht auslocken kann, sondern jetzt alle NPCs komplett lebendig geworden sind. Und jetzt verstehen wir ja, warum das mit dem Schreiben der Charaktereigenschaften und so weiter wichtig war. Und somit sitzt er jetzt, ohne sich auslocken zu können, direkt in der kompletten Welt fest. Kann auf einmal riechen, schmecken, fühlen und so weiter. Ich bin die Wächterin der ersten, zweiten und auch der dritten Ebene. Sheltier Blood Fallen. Ich verneige mich vor euch. Ach so gut, ich habe zwar nicht die geringste Ahnung, was hier abgeht. Aber es sieht so aus, als wären die NPCs immer noch loyal mir gegenüber. Ich bin der Wächter der siebten Ebene. Demiurk. Ich verneige mich vor euch. Ich bin der oberste Wächter. Albedo. Wahnsinn. Riecht die aber gut. Warte mal, ich kann sie riechen? Was mache ich denn hier? Alle NPCs sind genauso wie Menschen und auch die Außenwelt hat sich verändert. Denn sein komplettes Gildenschloss ist jetzt auf einer weiten Ebene. Oder Wiese. Wie es halt eben in fast jedem RPG oder MMORPG am Anfang zum Start ist. Was er natürlich festgestellt hat, ist, dass er trotzdem noch alle Items hat. Also alle World Items. Und anscheinend auch noch das Level, genauso wie die NPCs, mega, mega stark sind. Und somit ist er halt von Anfang an einfach mega overpowered. Overpowered. Overlord. Overpowered. Overlord. Also ich möchte natürlich nicht spoilern in diesem Video. Deswegen, ich gebe von der Story weiter noch nichts preis. Ihr wisst jetzt, um was es geht. Man kann sagen, es ist wirklich ein Action-Anime, der aber auch Elementen von Comedy hat. Aber nicht so krass, dass er komplett abdriftet. Also der hat immer so gut platzierte, lustige Witze, dass du immer denkst, so... Also auf jeden Fall mal lachen und schmunzeln. Was ich auf jeden Fall erwähnen möchte, ist, dass die deutsche Synchro mega, mega gut ist, dass da wirklich richtig geile Synchro-Sachen sind. Nicht so diese stupide, ich übersetze sie jetzt eins zu eins und es muss fernsehtauglich sein, sondern da kommen auch mal diverse Wörter und lustige Wortspiele vor allem immer wieder mit rein. Deswegen, das kann man sich echt geben, ich muss echt voll lachen bei der deutschen Synchro. Auch wenn man sagt Anime und immer nur Sub und nicht Dub. Was meint ihr? Ihr könnt oben mal in der Umfrage teilnehmen. Sub oder Dub ist besser. Und ich muss jetzt echt ein wirklich gutes Wort für die Deutschen mittlerweile einlegen. Für die Dubs sind die so richtig, richtig gute Modellen. Eins sollte auf jeden Fall noch gesagt sein, da es ein Action-Anime ist, ist es wirklich so, dass auch die Kampfszenen richtig, richtig geil gemacht sind. Also die sind wirklich gut animiert und zu meinen Erschrecken auch wirklich sehr brutal. Also die Serie ist definitiv nichts für Kinder. Also der Brutalitätsgrad, der hat mich schon ab und zu erschrocken. Also nicht, dass es jetzt so komplett übertrieben ist, aber ich muss sagen, da waren schon Momente dabei, da musste ich sagen so... Ich vergaß dir zu sagen, wie eigensinnig ich bin. Ich habe den Anime fertig geschaut, der hat aktuell nur die erste Staffel, die zweite läuft gerade in Japan aktuell. Kann man sich definitiv geben. Die Story schreitet langsam voran, aber wenn man weiß, es geht weiter, ist da auf jeden Fall noch viel Platz für weiteres. Charakterentwicklung richtig geil. Aber schaut gerne mal rein und schreibt mir dann, wie ihr es fandet. Ich bin gespannt. So, das war es soweit. Hat euch das Video denn gefallen, dann zackt mir mit einem Like und einem Abo. Und vor allem soll ich öfters mal Animes vorstellen, dass man sagt, okay, ich habe eine kleine Vorstellung, um was es in den ganzen Dingen geht. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und habt ihr Overlord schon gesehen? Wenn ja, was fandet ihr am besten oder was war geil? Schreibt es bitte in den Kommentaren. Ich freue mich, mich mit euch über diesen Anime zu unterhalten. Ansonsten, ich freue mich auf das nächste Video. Wir sehen uns, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Sayonara. Ciao. Ciao. Ciao.